Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin der Drift Diagnach und Ticket und heute habe ich das Spiel Rise of Kingdoms. Viel Spaß! Und da sind wir auch schon wieder. Let's go! Oh, das ist gut. So bin ich nicht bei irgendeinem Fremden im Gebiet drin. Das ist gelb und das ist Freiland. Gut, dann werden wir mal die rote Punkte wie immer erstmal abholen. Hm, ach mal alles. Das ist auch ein guter Punkt. Welch heißt das? Hm. Keine Ahnung. Der rote Punkt. Kommandeur. Wer ist der Ranger? Na, nehm ich mal den jetzt. Und Finanz. Hm. Das hat eine Geschwindigkeit. Scheinbar waren wir eigentlich der besser, ne? Weil dies glaube ich ging. Die Papa. Naja, egal. Und, äh. Immer. Kleopatra. Und das ist voll. Okay. Das war die Energie. Da habe ich eine Nachricht. Tötliche Nachricht. Keine Berichte. Keine Bündnisse. Nein. Nein. Nur System. Eine Nachricht. Das ist schon so lange nicht mehr gespielt. Und dann nur eine Nachricht. Keine Geschenke. Nichts. Okay. Jetzt machen wir hier diese neun Punkte. Na dann. Da ist noch ein blau. Da ist noch ein rotes Feld. Da ist noch ein blau. Das ist bestimmt der hier. Ah. Wann mal wechseln. Oh. Die neun Helden. Nice. Alexander der Große. Genghis Khan. Helizid. Nicht der erste. Ist doch auch alte dabei. Den habe ich auch. Wannscher. Lundbrock. Lundbrock. Egal. Weiter gehts. Was. Statten. Einfach. Mit der Auswahl. Sehr. Verstand da. Ach so. Na dann. Das dauert so ein bisschen. Ich habe meine Prüfung noch nicht fertig. Einfach. Okay. Dann habe ich hier noch. Dann habe ich hier noch. Quartis. Schön. Dann. Dann weiter. dann gehen wir weiter zu unserer 14 das geht schnell aber alle truhen öffnen einmal hier reingehen welche von was hier von etwas und hier sind zwei sachen heraus das sieht bei mir so schlecht aus zwei leute kann ich nehmen bestätigt also ich habe 380 herausforderungen ich muss zwei kämpfen machen dann bewegt es schnell da und verloren stimmt nur knapp beim nächsten mal wird es besser herausforderung ich bin 800 da ja nur springen aufhören gut das waren mal zwei kämpfe die gegenstände maximal verwenden ausrüstung und hier maximal verwenden hier verwenden okay das haben wir hier noch zwei schlüssel okay machen wir bitte zuerst eins der Lungen ein bestätigen ja auflösung nein nicht auflösen ich bin nicht dabei ich bin nicht dabei warte schön kommandant von unten an da da si je ne sui pa que dieu mi place si je sui que dieu mi préserve bonjour verwenden wir ich glaube ich muss 5 stück verwenden 1,2,3,4,5 ja 5 stück waren es perfekt perfekt dann schauen wir nach meine dailies zwei fertig ein bisschen gerne eine normalen truppe auf der karte so so wir haben ein normalen truppe da angriff let's go jetzt kann ich schon los schicken ich müsste auch na dann muss ich aber erstmal gegenstände benutzen ein knochen als hätte schön da sammeln sammeln stefan red dog ah lia lona sagt hallo ja meine frau schläft drüben nicht mehr äh bogenkönige du machst das 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 da bogenkönig an röndeln noch mal drehen 50 Leute heilen Nutzerheim Holzschub habe ich nicht ist der Händler da TikTok immer direkt da Dankeschön Bitte lasst den Händler da sein 6 Leute heilen Händler ist da Einkaufen Das gibt es doch nicht Warum ist der Händler nicht da? Erstmal das Das weg Mit dem Summen kommt dann später Ich habe Dingensummen genottet Holz geht noch nicht Stein habe ich auch nicht Mies So viel Aufwert So viel Aufwert Und die zusammen Habe ich deshalb wenigstens etwas Mh So dann für mich also nur Holz und Stein Ah und hier drunter Was ist drinnen? Was ist drinnen? Was ist drinnen? Und hier ist da ein Krieger drinnen Ach den habe ich schon Ist tätig Aber dankeschön Gut dann kann ich jetzt wenigstens sammeln Mh Auf der Karte 10.000 Außer davon 10.000 Dann machen wir das So 42.000 Eigentlich braucht es nur 10.000 So Machst du doch schon 18.000 Nicht ein wenig Ja So Und Steine waren 7.500 Ah ne kommt dann machen wir erstmal Angriff Ach 10er Schaff ich auch einen 10er Ja Aber bitte nicht umdrehen Da ist ein Bolzener Ah doch den schafft Ja Jawohl Hier Ah Shit Ist sogar locker ja Aber es sind mehrere tot Kein Problem Dann kriege ich über die eigene Quest drauf fertig Wir sind verletzt 59 Perfekt 50 brauche ich 59 Ist natürlich auch gut Schnell Neue Leute produzieren Oder Denke aufwerten Erforschen Was werden wir erforschen Erforschen Hier geht nichts Ah Hier gehen noch Drei Sachen Und das ist dann Mal gucken Borkias Güter Noch weiter Erforschen Grütensfragen Jawohl Quest Quest fertig Ach Noch nicht soweit Das Sammeln ist auch fertig Holz war gesammelt Dann kommt jetzt noch Gold kann ich nicht Abos Deine Kalis Da ist sie Ach nein Ich hab so viel los geschenkt Und zu Wird doch keine 700 Steine Also Eigentlich verrührt Aber Jetzt für die Quest erstmal nicht Ich mach ja immer so 1.000 mehr Weil ich hab einmal schlechte Erfahrungen mitgehabt Von wegen weil ich im Gegnerischen Gebiet drin war Da muss ich immer 1% meiner Ressourcen abgeben Dann sind sie also auch gleich fertig Das schaffe ich nicht Die beiden gehen nicht Und Da können wir mal gucken Muss ich gleich wieder einer frei sein Ja Schon wieder frei 5 Minuten mal lassen Oh Den hab ich auch Abtasse gut 5 Minuten 5 Minuten Dann hab ich noch Noch Sammeln Sammeln Noch Ein paar Waren Bei Verbündeten Wer hatte ein Gebäude einmal auf Okay Ich muss ein Gebäude aufhören Ich bin ja grad am reparieren Wir haben repariert An Letzt auch gehen Mein Gebäude bei den Baumschüssen Ach Bei den Katapulten Ne Katapult ist das doch Warte mal Kann ich da ranzuhen Pferde Ach Mein Kavalerie Stall steht auch da Das müssen wir mal beschleunigen Und Wir machen das Einfach Einfach 5 10 15 Eine Stunde Hier Noch Eine Stunde Und 15 Minuten Und 15 Minuten Und 15 Minuten Jetzt Jetzt Umsonst Gibt's nicht Ach Ist ja Federlich Oh Die Händlerin ist da Ja Ja Kaufen Den 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 Brauch ich auf jeden Fall Und Ach Egal Städte Den Brauch ich Äh Sonst 50.000 40.000 Dann kaufe ich den natürlich Kann ich es wechseln Da kaufe ich den auf jeden Fall Da kaufe ich den auf jeden Fall Na Hab ja genug da Okay Holz Hab ich grad gekauft 24 Stunden lang Und Einmal Steine Steine Das habe ich nicht gehabt Nein Vielleicht brauche ich das auch nicht Nein Ich schaffe ich auch so man Warum doch ich mal da drauf Mensch Ich muss jetzt nur noch Einmal ein Baban bisschen Guck mal Ach nein Auch da Angriff Da darf ich nicht die Frau nehmen Die Wechseln ja Wir nehmen da Nehmen wir mal diese Frau Oh Nice Ich hoffe ich kein Flächenschad Und wenn ich Flächenschad habe Hoffe ich dass die da nicht mit dabei sind Ah Das war ich schnell gedauern Oh Fertig Fertig Okay das habe ich nicht Das könnte ich noch machen Aber es bringt auch nichts mehr Da Ich habe die Anschlüsse benutzt Und in 15 Sekunden sowieso der nächste Heilen Ah Jetzt kommt die Prüfung Obwohl ich gerade fertig bin Wo ist der Fall Da Die Mütze Da Schloss Da Und der Lollipop Da Fertig Rekrutieren Komm Machen wir den fertig Egal Brauchen wir zwar nicht Aber Hm Ach der war doch schon fertig Oder nicht Gut Schau ich nicht Und den habe ich nicht gekauft Weil Dünnig dauer Können wir doch mal nachgucken Fürs nächste Mal Nepp Aktuell ist hier mit 100 Jemand doch Das ist doch so teuer 9700 Okay Oh Das war gut Ist auch okay Steigt Da Okay Ne merke wenig aus Zu viele Smart ausgegeben Absage genug aber Trotzdem Zu viele Ausgegeben Das war der rote punkt Dann ist der immer noch da Ach Deswegen Beansprüche 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 Und Löschen Okay Da haben wir wieder 8 Stücke Hier steht nichts mit 8 Ok Noch mal Gegenstellen Und uns anschauen Kommandant Kommandant Aufwerten Aufwerten Und da habe ich dann noch einen gekriegt Aber Da war kein Fall also wird das noch was fehlen So Dann haben wir alles fertig gemacht Ich würde noch einmal kurz hier die Leute hier ausbilden und was muss ich doch ausbauen Was ist das hier Was ist das hier Ne Ich brauche ich nicht Sperrlager brauche ich auch nicht Drei Minuten Fürs nächste Mal 1 1 7 Ach das ist nur 2 1 Oh War am nächsten Mal War am nächsten Mal Lagerhaus Nur mal Lagerhaus Ok Dann ist da schon mal alles entgangen Dann werde ich noch einmal kurz Leute Verpflegen holen Schicken Und Schicken Und Wollt ihr den Die wollen doch nicht meine Basis Hier ist auch noch verpflegen Ok Hätte ich jetzt noch Sachen Ich habe jetzt noch Leute zu Hause Sieht man das irgendwo Wie viel zu Hause hier stehen bei mir Mh Ne Warum sieht man das bestimmt Vielleicht da Meine Stadt ist völlig sicher Das ist gut Ok Dann würde ich mal sagen Ich beende das Spiel Verständigen Und sage Dankeschön fürs Zuschauen Ich würde mich freuen warum ihr nicht mal dabei seid Bis dann wünsche ich euch viel Spaß Und auf Wiedersehen Ciao